Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chila und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening Video präsentieren. Wir wollen wieder ein paar Säckchen aufmachen von der großen Jagd und da war ich mit den Twinks wieder fleißig, hab ein paar gesammelt, denn wir wollen ja, vielleicht habt ihr es bei den ersten Videos schon gesehen, ein bestimmtes Pet kriegen und zwar hier diesen Vogel, den Hund, den man auch rauskriegen kann, hab ich ja mittlerweile schon und ja, ich würde sagen, mach mal 12 Kisten auf oder Säcke, je nachdem und ich hoffe, ich ziehe das Viech raus. Let's go, erster Sack war nix, zweiter Sack, oh, ich dachte gerade, da ist ein Item drin, aber es waren die Handschuhe, schade, nix und dritter Sack war leider auch nix, okay, dreimal nix, dann gucken wir mal auf den anderen Schar, mit dem ich hier auch in der großen Jagd war, haben wir auch wieder drei Säcke, fangen wir mit dem grünen an, ach, wieder irgendein Trinket, brauchen wir nicht. Ein paar Ressourcen und Schuhe. Tja, gut, wieder ein Schar verbrannt, beziehungsweise zwei Schars verbrannt, sechs Kisten haben wir, dann würde ich sagen, fahr mich mal ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, ob wir den anderen Schars noch was rausziehen können. So, ich bin jetzt noch bei zwei weiteren Schars durch, hab mir wieder ein paar Kisten geholt und ich hoffe, dass da jetzt einmal das Pad drin ist. Öffnen wir die nächste, war wohl nix, Nummer sieben müsste das sein, Nummer acht ist auch eine Niete, Nummer neun, oh boy, so langsam wird es ein bisschen anstrengend, also es könnte jetzt mal droppen, okay, dann haben wir noch einen Schar, wo haben wir den? Ah ja, da, dann Nummer zehn, ne, elf, oh boy, ach komm, und wieder zwölf Kisten durch, nada niente, also ich weiß nicht, ob ich mein Pad hier noch kriege, das scheint schon ziemlich selten zu sein, das ist schon ein ziemlicher Dreck, naja gut, sollte nicht sein, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ich weiter und mache noch ein paar Schars hier durch und sobald ich wieder genug Kisten habe, melde ich mich wieder, heute la, bis zum nächsten Mal, ciao!